wir sind zurück bei dem wunderschönen baum wie auch immer man den bedient der hat schon voll viele kratzer aber ich sagte wir müssen irgendwas zersägen ok irgendwas suchen was vielleicht warte mal ich will noch mal hingehen gibt es auf der seite auch ein fahrrad ist da noch ein anderes eine andere szene ok weil beim wasserfall war es so da stand fahrrad und dann ging es so für das führt deshalb für diese pumpe da oben haben wir immer noch nicht das war ja auch gar nicht hier ist wenn du bei dredd schiff also wenn wir fahren mit schiff und dann da wo wir das papageienfutter gefunden haben sich gibt es dann noch eine planke oder so dredd schiff zersägen aber kommen wir dahin noch mal wenn du ihm sagst du willst nur so herumfahren was ich noch dachte wegen der koordinaten fällt mir noch ein man könnte auch in der bibliothek ich auch gedacht aber man hat keinen hinweis naja jetzt sagt er jetzt sagt er ja we can go there man that's the forbidden triangle we can go there man that's the forbidden square we can go there man that's the forbidden pentagon we can go there man that's the forbidden circle sehr geil das war's ist ja geil da ist der forbidden die hidron denn da ist der forbidden die hidron Wie viel? Das muss von einem alles eingesprochen werden. Likosaeder. Ja, ist ja krass. Kenne ich nicht. Thoros, ja. Thoros. We can't go there, man. Was? We can't go there, man. That's the forbidden Frostrum. Helix, ja. We can't go there, man. That's the forbidden Oblate Spheroid. Wie viel? Hä, das hört gar nicht auf. Das ist the forbidden Convex Region. We can't go there, man. That's the forbidden elliptic Hyperboloid. Der elliptische Hyperboli. Ähm, aber... That's the forbidden right circular conic cross section. Wir kommen gar nicht in die Gesprächsoption. Nee. Projection. Projection. Wenn man mit dem Akzent geometrische Figuren beschreibt. Das hört sich auch. Nee. Das ist krass. Um wir das spricht? Doch, jetzt. Das ist the forbidden Hexagon. We can't go there, man. Okay. Alter. Was zum... Wir sind gerade auf Booty, ne? Ja. Ach, dann geh doch zu. Ja, wir können... Nee, das glaub ich nicht. Ah, okay, dann können wir nicht aufs Schiff. Where do you want to go? Nee, ich kann nicht mehr. Okay. Ja, nicht mehr. Lass mal Fett gehen. Lass mal hier gucken. Wir brauchen auch noch einen Fisch. Oh noch. Na, auf der Party. Ach ja, stimmt. Kostüm. Ja, stimmt. Das haben wir ja schon geklärt. Ja, wir können mal gucken. Keine Ahnung. Wonach sucht man da? Schiffswrack. Äh, Unfall. Sunken Galion. Sunken Galion. Sunken Galion. Ja, Sunken Galion, genau. Achso, muss benutzen. Wo ist ein S? Oben rechts. Was macht denn das da? Am Ende. S, T, U, danach. Nee. Nee, kommt nicht schnell. Äh. Shipwrecks. Shipwrecks? Sea Disaster. Disaster, lass mal gucken. Ah ja, okay. Deadly Sins. Shipbuilding? Nee. Ja, Disaster. Okay. Fähig, das ist ja ein Hinweis. Hm? Für die, wie uns, die vielleicht bei S gucken, sozusagen, dass man, da hat man geguckt. Äh, different drawer. D, sagst du. D. Das ist C. Okay. Disease. Disease. Disaster. Great shipwrecks of our century. Ja, merkt ihr das mal unten. Great shipwrecks of our century. Hm, I'll have to remember that. Okay, dann gehen wir zu ihr. Ja. Oder soll ich noch weiter gucken? Nee. I've had it with this card catalog. Die Tante, ey. Nee, die Tante ist so nice. Pardon me, miss. What do you want this time? Die Stimme ist krass. I'm looking for a book. What book are you looking for? Ach, die anderen sind auch noch da. Do you have great shipwrecks of our century? Als wären du maximal vier sein. Guck mal, jetzt ist sie da hochgefahren. Ach so. Der wurde ganz lang. Krass. Here you go. That's your limit. You have to give some books back before you can check out any more. Ja, die müssen auch mal loswerden, ne? Ja, gib ihr das mal. Äh, wie mach ich das? Einfach so? Ja. Äh, warte, das ist jetzt shipwrecks? Das, ja, oben links, ja. Joy of Facts. Das brauchen wir nicht mehr. Thank you. Gut, perfekt, das geht schnell. Ja, gut. Und noch was anderes? Okay, jetzt das hier mal lesen. Great Shipwrecks of our century. In an Lair, wie wichtig? 35, 84. Fertig. Das war's jetzt? Welches, äh, was war das für ein, für ein Schiff nochmal? Great Monkey, oder was? Monkey. Great Shipwrecks of our century. It says here, the mad monkey sank at 35 north, 84 west. 34, 84? 35, 84. 35, 84. 35, 84. Auf jeden Fall. Hä, wenn es da steht, dann muss es ja stimmen. Oder, oder steht in, nee, es gibt ja nur ein Buch dazu. Und es gibt nur eine Koordinate. Das war jetzt einfacher als gedacht, wenn es das ist. Where do you want to go? Zurück zur Tante. Das wäre aber, wenn es das jetzt ist, das wäre richtig krass gemacht. Weil wir ja gar nicht danach gesucht haben, sondern wir sind über S darauf gekommen. Weil wir bei Shipwrecks geguckt haben. Sankt, geil. Haben die extra eine Karte reingelegt, dass man bei Disaster gucken soll. Finde ich aber gut. Das finde ich spieletechnisch mega gut gemacht. Ja, das ist richtig. 35, 84 sagst du. Check it out. Three hour tours. Head out. Where did we head out again? Okay, show me where you want to go this time. Gerne durch. 84, also noch. 35. 84 nach oben. 84 ist hier. So, da, oder? Ja, ja, da. Well, here we are. What now? Guck mal, da rechts sind ein paar Planken, die können wir absägen. Ich habe halt keine Möglichkeit, mich hier umzusehen, naja. Zweite. Ich will dive in and look for the sunken galleon. Aber das erste will ich eigentlich auch nochmal fragen. Achso. Mal gucken. Ich habe uns mal ausgeschaltet. Hä, das war ja richtig gut. Das war voll nice. Das war Wahnsinn. Wir sollten öfter in die Bibliothek gehen. Ja, Mann. Jetzt ist geil, geil. Können wir jetzt hier, guck mal, da ist der. Monkey Head. Der Mad Monkey hieß das, ne? Ja. Das ist das Einzige, was hier anzeigt. Ne? Ach ne, ist das so. Ne, Oberfläche. Anker. Er guckt jetzt mal an. Oh, man kann es noch bewegen. So schwer. Er hat gerade noch gesagt, er würde nichts... Natürlich! Er hat den eingesteckt! Ja, Mann. Geh zum Anker. Hier, guck mal, die Banane. Den steckt er auch noch ein, den Anker. Ja. Wie er jetzt hier unten läuft, guck mal. Ja, geil. Easy. Looks like Kate's Anker. Achso, das ist Kates Anker. Achso. Ähm. Boah, echt jetzt? Ich hoffe. Mann, ich wollte mich noch... Ich wusste nicht, dass das ein Signal war. Das war nicht abgenommen. Weil es war alles. Was machen wir mit dem Monkey Head jetzt? Kostüme? Kostüme? Keine Ahnung. Wieder verkaufen, oder was? Sunken Gallions. Ich kann es dem, ähm, ähm, na, den Ladenbesitzer? Kostümtypen geben. Sunken Gallions. Nein, danke. Schade. Wie der redet. Nein, ich habe eine Sache über Läser. Äh. Äh. Hä, was bringt uns das? Also, wir wollten doch eigentlich den Schatzkarten teilen. Kannst du es kaputt machen? Gute Idee. Ich glaube nicht, ich sollte das hammeren. Was machen wir mit dem jetzt? Gute Frage. Ich glaube nicht, ich sollte das kümmern. Ja. Benutzen kannst du den nicht. Ah, nee, nur geben und... Ja, geben. Der ist Shop-Besitzer? Ja. Muss ich probieren. Check it out. Vielleicht tradet er den ja auch. Check it out. Boah. Nice. Was er das denn? Der hat das einfach. Oh, ernsthaft. Der hat das einfach. Das ist ja geil. Oh, geil. Oh, ich liebe das. Das ist so cool. Gut, dass er das hat. Okay. Ich würde ja 6 Milliarden oder Millionen zahlen. 6 Millionen, 6 Millionen. Geil. Oh, was kommt denn jetzt? Wir haben immer noch kein Kostüm. Okay, wir werden mal wieder zusammenfassen. Beziehungsweise das Buch können wir abgeben. Glaube ich. Und dann lass nochmal den Dritten jetzt hören. Ich merke mir das immer nicht. Big Whoop. Unclaimed Bonanza oder Myth. Es sagt hier, dass es vier Piraten waren. Rapscallion, der Kuss. Young Lindy, der Kabinbohr. Mr. Rogers, der erste Freund. Und Captain Marley. Sie haben ihre Schrauben mit viel Booby-Traps auf einem Ort, die in die Inki-Island genannt wurde. They made a map, which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Raps was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm, which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed Homemade-Contest-Grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leading at the time. Timber erled into the next time. They say that he did not steal�� on the other hand. nicht dabei sein. Konnte man den irgendwie ablenken? Ich weiß nicht. Können wir mal nach Skab gehen. Ja. Oh. Stimmt. Oh, oh. Hm. Den Typ sehen wir gar nicht mehr, den Lago. Na, offenbar jetzt bald wieder. Ja. Der wird ja jetzt nach uns geschickt. Mach mal beide Maustasten. Auch gut. Gerne. Hm. Dann nochmal mit dem Reden vielleicht. Können wir ihn abhinken. Excuse me. Yeah, boy. Ne, okay. Da kriegen wir nur Twings. Nice place you have here. Well, see ya. Oh. Nee. He's cute. Kannst du dem Barkeeper irgendwas geben? Ich weiß nicht. Hier, Vacation, damit er weg geht. Geile Idee. Irgendwo weiter oben. Da. Das kann ich einfach dir nicht geben. Oder sie vielleicht. No thanks. Das kann ich nicht geben. Ach so, Mann, wie blöd. Was ist das? Ja, die Einladung zum Menschen. Zur Party. Die haben wir ja schon gezeigt. Die brauchen wir. Ach so. Die brauchen wir. Ach so. Brauchen wir nicht mehr. No thanks. Hm. Das könnte der wollen. Die Drehlei... Die Drehlei... Die Drehlei hat er bisher auch noch keine? Die wird sie bestimmt bis zum Ende nicht haben. Hm. Ja. Komm, Minja, ist geil. Vielleicht ein Taschentuch, ein neues. No thanks. Hm, stimmt. Hm. Sproheil? Ah, ne, da haben wir ja von ihm. Ja, eben. Hier die Elvis-Dings. Soil? The King's Image? Sacrilege! As what? A half? As what? A half? Hm. Made in Hong Kong. Okay, I still don't think I should use it indoors. It's a metronome. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Hey, hired help only. He's cute. I should have listened to my mother. I should have practiced. Okay. Wollen wir dem Affen was anderes geben? Weil wir kommen ja so weit, dass der guckt. Na, wenn dann... Hey, hired help only. Wenn dann Banane, was sonst? Ja klar, der guckt ja bei der Banane. Kannst ja nix machen. Hey, don't bug the monkey! Na. Wie werden wir den denn los? Flaschen kaputt machen. Zeigen mal. Die Steinwerbe. Nice. Strike. Ja. Hm. Hm. Was haben wir denn noch so... Hey, wir haben immerhin zwei Kartenteile schon. Guck mal. Das ist richtig gut. Die zweite ging jetzt auch schneller als die erste. Glaub ich. Vielleicht doch nicht. Kann sein. Also für den Baum brauchen wir eine Holzplanke. Der Wutschak, äh... Der Warnisch, haben wir schon geguckt. Der gibt uns nicht. Der ist auch schon wieder da. Der ist auch schon wieder da. Der ist auch so viel Holz, man. So viel Planken, weißt du. Ähm... Ja. I'd like to look around a bit. Sure thing. Nein. Hm. Dann nimmt der ja nix. Oh no, you don't. Und selbst wenn er nicht da ist, kommt er nicht an. Ja, der nimmt nix. Ne, hier ist es nicht. Ich weiß nicht, was wir zersägen sollen. Könnte noch so ne Planke sein. Äh, kurz, äh, Idee. Was? Wenn man an das Holzbein ein Seil knüpft, fällt das abgesägte Stück nicht runter, sondern wir können es wieder hochziehen. Geile Idee. Warum nicht? Du könntest ja vorher polieren, kriegen wir 108. Hm. Die 6000 haben wir ja gleich wieder ausgegeben. Echt, ne? Dann was soll ich machen, ja. Jo. That doesn't seem to work. Ach, schade. Gute Idee. Ich find die sehr gut. Ich denk nicht, dass ich das hammeren sollte. Man of a little more. Die hießen auch im ersten Teil schon so. Stimmt, ja. Irgendwas, äh. Das war doch so übersetzt. Zwielichtige Tupen oder so. Das hier kann man auch immer noch machen. Ist da jetzt was drin, ne? Ich kann die ja nicht rüberstellen. Nee, nee, nee. Okay. Und im Hotel war halt auch nichts mehr eigentlich. Nee, da war auch nichts mehr. Und die Särge... Die Särge, da war auch nichts, oder? Haben wir da was übersehen? Oder bei Stan, aber da war... Nee, da hat ja nichts geleuchtet mehr. Da war der Krypt... Kryptaschlüssel nur. Genau. Sie macht auch keinen Sinn, ne? Nee. Hier gibt's nicht mehr. Gibt's hier jetzt irgendwas anderes? Oder wir versuchen nochmal bei der Pumpe mit dem Hammer oder so oder was zu machen. Ja. Beim Wasserfall. Die ist hier. Und wir sind noch nie nach links gegangen. Doch. Nee. Auf die Karte? Auf die Karte nicht. Oder ist hier im Jail noch was? Stimmt, da waren wir auch nicht noch mal. Die Musik ist so geil. Das ist wirklich geil. Aber vielleicht ist unter dem Bett jetzt noch ne Planke. Oder irgendwas. Was hab ich denn gemacht? Was hab ich denn gemacht? Benutzen hab ich noch nicht gemacht. I don't want to. Du hast keine mehr, ne? Nee. Das ist so geil. Nee, okay. Nee, okay. Das ist nix. Okay. Das ist nix. Das ist nix. Voll gut. Und hier gehts noch mal anders hin? Hier sind wir nie lang gegangen. Deswegen, ich wollte es mal probieren. Und die Leute. Alter, wenn hier jetzt noch ne neue Szene ist. Ich glaub nicht, aber... Wie lange er dafür läuft? Äh, nee, aber... Hätte sein können. Ok, dann nochmal Wasserfall. Mh. Na, nicht wie hier zum Cottage? Ja, ich weiß nicht wie wir dahin kommen. Ich hab noch über ein Wasserfall wahrscheinlich irgendwie. Hä? Na ja, hingespült, weiß ich. Nicht, es ist ein Geheimgang drunter. So. Weiß ich doch nicht. Videospiel-Logik. Oh, die Härte. So, jetzt. Jetzt müssen wir jetzt bitte alles ausprobieren, was wir haben. Fand ich gut. Ich kann das nicht lösen, Daddy. Ich will das nicht polissen. Mein Skull-Master würde mich töten, wenn Sonny so ein Knopf benutzt. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Das ist nicht zu funktionieren. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Oh, die Banane. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube, ich sollte das nicht töten. Schade? Das ist so geil, dieses Horn, ey. Er will damit tatsächlich schreiben. Ja. Aber wir haben halt keine Tinte, die gibt es nur auf Inky Island. Vielleicht ist die fürs Endgame. Vielleicht. Ich kann mir das dann... Hier ätzende Flüssigkeit, das Grüne vielleicht. Vielleicht ätzend ist das was... Ah, ist ja geil. Das ist wirklich nur zum... Ja, okay. Mann, schade. Nee, krass. Kann man nicht dem Tischler das Ding hier zeigen und dann kann er das nachbauen? Oder meinst du nicht? Das wäre ziemlich cool. Wir brauchen ja noch eins davon. Ich wüsste nicht, wie wir das replizieren. Hier ist nichts, ey. Die olle Pumpe. Geht dagegen treten. Nee, komm mal an, komm. Oh, ist ja übel. Ja, langweilig. Ja, auf den kann man nur angucken. Ja. Nee, da muss schon irgendwas mit der Pumpe passieren, denke ich. Ist ja ätzend. Ja, dann gib dir Mühe. So streng dich aus. Ja, weißt du, wenn der zehn Minuten tauchen kann, kann der da auch rüberschwimmen. Ja, ist so. Guck mal, wie groß der hier aussieht. Ja, weißt du. Der kann auch rüberspringen. Ey, was ist denn, wenn du auf ihn raufklickst? Oder rechtsklickst? Ach so. Ich hab jetzt auf ihn geklickt, aber warte mal. Ja, ja. Ach so geht nicht. Okay. Äh, beim Governor war nix mehr, ne? Da muss man mal so ewig reinlatschen. Das hier ja auch nicht stehen. Da am Strand. Da gibt nix. Der will ihn ja auch nicht aufwecken. Ich mag die Musik so gern. Ja, das ist spiel nett. Hier unten geht's auch nicht lang. Nice. Kannst du dir absägen? Haha. Ich glaube, ich sollte das nicht kippen. Schade. Messer? Mein Scoutmaster würde mich töten. Mein Scoutmaster würde mich töten, wenn er mich mit einem Knife wie so gesehen hat. Hier? Hier ist er auch noch, ne? Wurstbesen. Der Hammerwind, oder? Ich glaube, ich sollte das nicht kippen. Ich glaube, ich sollte das nicht kippen. Es gibt Essen oder was in der Drain. Oh, der sagt das so. Ich weiß nicht. Es ist etwas, was in der Drain. Ach so. Ich weiß, dass wir hier sind. Ja. Ich kann das nicht fassen, Vater. Ich will das nicht kippen. Mein Scoutmaster würde mich töten, wenn er mich mit einem Knife wie so gesehen hat. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist ein profitos. Das scheint'T funktioniert. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint gerade funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube, ich sollte das nicht machen. Ich denke, dass ich es in Drainne benutze. ich denke ich sollte das für später sagen, vielleicht kann ich eine Leine empfehlen, wie weit ich spüren kann. Ich glaube nicht, dass es mit dem funktionieren wird. Nee, voll der Schrott. Kannst du den zersägen? Alles zersägen, weißt du? Ich glaube nicht, dass das in etwa 10 Jahren wurde. Achso, das haben wir nicht zurückgegeben. Das geht ja auch nicht. Das muss da immer liegen. Ja, genau. Ha, okay. Nee, gut, da ist wirklich nix. Dritte Map-Type. Tja, blödes Kostüm. Können wir nochmal zu... Ist das hier in dem Kostüm? Nee, das ist drüben. Ja, aber da ist ja nix. In der Gasse nochmal gucken? Da wird ohne Schneus sein. Aber wir können ja reinschauen. Dass wir den Affen nicht kriegen, ist blöd. Hm. Aber ich wüsste auch nicht wofür. Hm. Ähm. Naja, als Kostüm vielleicht. Naja, der denkt, wir geben ein Kostüm zurück auch. Naja, keine Ahnung. Hm. Aber der lebt ja. Ja, naja. So ein Fresskoma oder so. Nö. Nö. Haben Kohle. Hier war dann nicht weiter. Der Stuhl. Zeig dir auch nicht an. Das war echt nur das Rätsel. Das war echt nur das Rätsel. Äh, was haben wir immer gemacht? Boah, das ist doch viel schwerer zu sehen. Ja. Ja. Cool. Witzig. Dann löst man die falsche Gasse. Ja, Mann. Na, warte. Na, ist halt nix. Arf. Ja, der Fischertyp, der sagt wahrscheinlich auch nix. Hm. Die Folge ist schon wieder rum. Ich würde sagen, hoffentlich haben wir nächste Folge eine gute Idee. Bestimmt. Äh, wir bleiben positiv. Genau. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.